Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Platin One Random Pokémon Challenge. Und der Typ will doch noch kämpfen, man musste ihn halt nur ansprechen. Das ist gut zu wissen. Dum, dum, dum. Das letzte Mal haben wir den Untergrund gemacht mit einem bösen Nachgeschmack, wie ich letzte Folge schon gesagt habe. Äh, da die Verbindung einfach abgeschmiert ist. Also die Verbindung zum Untergrund ist abgeschmiert. Also ein Verbindungsfehler und dann mussten wir neu starten. Quasi. Aber, egal. Jetzt campen wir auf jeden Fall weiter in der Dim Galactic Basis und versuchen, naja, den Fahrradladenbesitzer zu befreien. Dum, dum, dum. Ja, das wird cool. Das wird cool. So, das war, das war einfach. Der Typ hat den Bunkel gehabt, das dritte der Signature-Vorentwicklung. Quasi. Und das war tatsächlich der falsche Gang, wenn man gerade so überlegt, ne? Hier müssen wir lang. Die Dim Galactic arbeitet hart an Energiequellen für die Zukunft. Danke. Für die Info. Sehen wir mal, was für, äh, wie gut dieses Pokémon ist. Ich habe es einem Trainer gestibitzt. Ey. Ist ja gemein. Dum, 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 dum. Hm. Wo gibt's denn Chamian so früh? Naja, sie muss jetzt ja nicht hier stibitzt haben. Die hat sie ja auch von woanders stibitzen können. Hm, setzen wir den Elixir ein oder gehen wir nochmal zurück später? Elixir sind rar und der Weg zum Pokémon-Center ist ja nicht so weit. Ja, ich denke, wir werden so bald... Na, wobei! Wir sollten uns drei Erdbeben aufbewahren für Jupiter und die 30 km mit Drachenboot klatschen, würde ich sagen. Wir forschen an einer neuen Energieform. Wir wollen uns die mysteriöse Kraft der Pokémon aneignen und als Energiequelle nutzen. Okay. Ah, schön. Da, wo die nicht kämpfen wollte, war die Sackgasse, in der die kämpfen wollte. Interessant. Wobei, die wollen ja beide kämpfen, weil das ist ja der falsche Weg. Und den falschen Weg ist immer der richtige Weg. Denn wenn wir den falschen Weg zuerst haben, dann müssen wir nicht zweimal laufen. So. Was meint ihr? Hat Skunkabu auf Level 16 schon genug AP, um uns den Drachenboot zu überstehen? Ich glaub wohl. Nicht AP, KP. Ah. Was soll das denn? Hm, 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 hm. Tada, da, da, da. I. Na gut, selbst bei 5 mit 5 Volltreffern wird's nicht reichen. So. Reichen wär doof, ne, dann hätten die Opfer verschwindet. Einfach nur dadurch, um die Genauigkeit wieder zu steigern. Du willst mich doch verarschen. Das wusste der. Ah. Well, dann mach ich's ansturmen. So ist die Chance auf jeden Fall auf beiden Seiten gleich. Oh, hätte ich jetzt gern Rauhaut. Er trifft nur zweimal, der Typ. Hm, 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 hm. Hätte ich am Anfang ein Erdbeam gemacht, hätte ich dieses Problem nicht. So. Naja. Da die Skunker-Leute meist, äh, eigentlich nie Tamiya noch extra haben, wird's wahrscheinlich jetzt noch ein Zubart und ein Pizza geben. Ah, die Bunkel. Okay, Zubart und die Bunkel. Well. Na, dann mach ich noch ein Erdbeam. Nach die Bunkel hab ich keinen Bock. Boom, boom. Diridit, diridit. So. Er will 26. Ja, ja, der Sandsturm tobt. Hat uns bislang noch nichts gebracht. Doch, Jamian. Hm. Das ist ja, das ist ne Schlüsselfigur quasi. Ach. So viel kleiner Schaden. Björn, der Sandsturm hat actually nichts gebracht. Hm. Oh, 41 KP. Neun Schaden. Jetzt, wenn die Drachenwut daneben ginge, sollten wir den nächsten Angriff noch überstehen. Okay. Der trifft. Das ist gut. Dann haben wir keine Chance. Nichts, sondern kein Problem mehr. So. Die war ja eklig. Na gut, ich war der, ich war das Problem. Schließlich wollte ich AP sparen und hab deswegen ganze Blödsinn fabriziert. Ja. Ich und mein AP Spar waren. Ja, verbrauchen wir die Tränke. Wobei man die ja hier immer wieder neu anwählen muss noch. So, einen noch. Das reicht's. So. Die zwei KP werden uns keinen Strick drehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Hier. So. Oh. Wieder zwei Gänge. Ach so, klar. Logisch. So, wieder kämpfen. Gewöhnliche Leute wie du verstehen einfach nicht die großen Ziele von uns. Von den Galaktik. Ehrlich gesagt, ich habe auch keine Ahnung, was das Ganze soll. Ja, siehste mal. Okay, hier geht's weiter und da sind nur noch zwei Items. Schön, was steht denn da an der Wand? Folge den Weg. Stelle keine Fragen. Nur so erlangst du, äh, gelangst du zum Erfolg. Ja. Nein. Und ein Forscher. Ohne Frage, die Operation auszuführen. Ohne Frage, die Operation auszuführen. Das ist unsere Aufgabe. Alles für die neue Weltordnung, die unser Boss einleiten wird. Ja. Xaver. Ne, Xaver. Nicht Xavier, sondern Xaver. Wobei ich auch Xaver gesagt habe. Weil ich mich im letzten Moment noch, äh, gesehen habe, dass da Ding entstand. Xaver. Das bringt dir nichts. Tschüss. Ob der Volltreiber nötig war? Es war nur ein Tackle, aber es ist Kadrava mit der schlechten Verteidigung. Ich weiß nicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Who knows? So, ein Carbon. Das ist gut. Und eine Holzkohle. Gut, die Items sind normal geschaffelt, aber ich habe mich komplett... Ja, wir hatten in den Sonderbonbons viel Glück am Anfang. Wobei ich die dann doch lieber gegen Ende gehabt hätte, da die Level-Ups gegen Ende wertvoller sind. Irgendwie. So, ich wollte das Carbon einmal benutzen. So, Initiative wurde angehoben. Schön. Ja, wie viele Erdbeben haben wir jetzt noch? Fünf. Ja, damit sollten wir bis auf die Zubats, die Jupiter vielleicht einsetzt, auf jeden Fall ihr Signature easy besiegen können. Also, gegen Jupiter haben wir eigentlich keine Probleme, selbst wenn wir den 2KP die... Ja, komm. Dann müssen wir ja nicht mal zum Dingens rennen. So. Okay. Arbeiten für den Weltfrieden. Team Galaktik. Team Galaktik. Auf jeden Fall. Was habt ihr Team Galaktik nur vor? Warum stehlen sie unsere Pokémon? Was sollen... Was wollen sie damit erreichen? Oh, ich kriege das Item sogar vorher schon. Toppe Leber. Oh. Hä? Wolltest du etwas? Ach. Wieso frage ich so dumm? Du willst die Pokémon befreien? Ja, klar. Als ob ich das erlauben würde. Ich, Jupiter, kümmere mich persönlich um dich. Okay, Jupiter. Commander Jupiter. Ich mag die Commander. So, dann wollen wir mal sehen, wie viel KP zu hat, ob er Level 21 hat. Aber ich setze vorher den Sandsturm auf. Dann sollte Superschall nicht treffen können. Er macht sogar Flügelschark. Jetzt verfälschte ich ja das Ergebnis. Mal sehen. Vielleicht reicht das in der Sandsturm sogar aus. Na ja, nee. Aber sie macht tatsächlich Flügelschlag. Interessant. Wie anmaßend. Versuch dich mal hier ran, du Kind. Ja, ja. Oh, das war Zubat. Ja. Mit Feuersturm hätte ich mir Zubat wahrscheinlich besiegt. Ah, Skuntank. Ja. Blödes Pokémon. Mag ich nicht. Äh. Ja. One and only Erdbeben. Es ist Skuntank. Es hat den Gifttyp. Erdbeben sehr effektiv. Step. Also eine 300er Stärke. Das überlädt Skuntank. Niemals. Skuntank eigentlich. Kommt ja von Skunk und Tank. Äh. Gestank. So. Tschüss. Das war ordentlich. Einem Kind unterlegen. Meine Achtlosigkeit wurde. Warum ist der Text eigentlich mal so schnell weg? Hui, du bist ganz schön zäh. Macht aber nichts. Unsere Untersuchung der Pokémon-Statue ist beendet. Mars hat die Energie des Windkraftwerks gespeichert. Wir sind hier fertig. Aber eine Sache verrate ich dir. Unser Boss erforscht die alte Pokémon-Mythologie. Mit der Macht der mystischen Pokémon. Äh. Ja doch. Ne. Der mythischen Pokémon. Wird er ganz Sinn beherrschen. Also kommt Team Galaktik nie wieder in die Quere. Klar? Das ist meine letzte Warnung. Okay. Ich habe mal mein Pipi zurück. Ach. Ich habe mal mein Pipi zurück. Das ist allein dein Verdienst. Aber dieses Team Galaktik. Sie haben gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum. Her. Her damit. Was für eine krude Logik. Als kämen sie selbst aus dem Weltraum. Jedenfalls sind sie jetzt weg. Vielen Dank. Schau doch an meinem Fahrradgeschäft vorbei. Wenn du in der Nähe bist, ja? Gerne. Okay. Dann haben wir das geschafft. Achso. Klar. Hier ist dicht. Kann ich Teleport einsetzen? Ne. Ich habe nichts gebraucht in dieser Attacke. Wir müssen hier regulär laufen. Schade. Jetzt ist es auch wieder die. Chillige. Ewige Musik da. Die Welt ist auch nicht mehr da. Steht jetzt hier vor? Nö. Sehr komisch. Zack. Okay. So. Einmal ins Pokémon Center. Ach ja. Dumm, 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 dumm. War das passend? Ich glaube, ich habe ein bisschen mal zu früh, dumm gesagt, oder? Naja. Okay. Dann gehen wir mal ins Fahrradgesch... Geschaden, ja. Fahrradgeschäft oder Fahrradladen. Aber Fahrradgeschaden ist doof. Oh, zündet ihr ja schon wieder. Du, da bist du ja. Ich habe dich schon gesucht. Hier habe ich etwas, nämlich etwas Schönes. Es ist ein Pokémon-Ei. Das möchte ich dir gerne geben. Bitte nimm's. Ja. Na nu. Du hast ja schon sechs Pokémon bei dir. Für das Ei ist gar kein Platz mehr. Lege doch eines deiner Pokémon in einer Box im Pokémon-Lagersystem. Das Pokémon-Tenters ab. Wenn du so Platz geschaffen hast, gebe ich dir dieses Ei. Ich warte hier auf dich. Okay. Pokémon-Ei. Naja, technisch gesehen ist es schon ein Highlight-Item, aber ich würde es dann trotzdem gerne ausbrüten. Deswegen nehme ich es mit. Aber ich kann dann schon gleich, wenn wir es annehmen, den zu das Highlight-Item verzeichnen. So, wen legen wir dann kurzzeitig mal ab? Burmi. Hat keinen Nutzen für uns. So. Schön. Dun, dun. Hm, 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 hm. Und, nimmst du das Ei an? Klar. Jetzt ist es auch gerandomized, ich glaub wohl, ne? Spitze. Das Pokémon am Ei ist mit Sicherheit auch glücklich. Ich weiß es einfach. Nimm das Ei zusammen mit deinen Pokémon auf deinen Reis mit. Eines Tages wird ein Pokémon aus ihm schlüpfen. Du wirst dich eine weitere Seite deines Pokédex füllen. Welch schöner Gedanke. Bis zum nächsten Mal. Wir kriegen mehrere Eier an diesem Spiel, ne? Wir kriegen mehrere Eier an diesem Spiel, ne? So. Danke, danke, dass du mich gerettet hast. Lass mich dir etwas schenken. Das allerneueste Fahrradmodell. Bitte nimm es, ich bestehe darauf. Dankeschön. So. Es ist das neueste Modell. Ich lese dir die Wausanweisung vor. Drücke B, um die Gänge zu wechseln. Im ersten Gang bist du nicht schnell. Aber du hast alles unter Kontrolle. Im zweiten ist die Steuerung schwieriger. Aber du bist sehr schnell. Danke. Perfekt. So. Und runterscrollen. Select. Und hoch damit. So. Einmal registrieren, bitte. So. Oh, schön. Ah, so lässt sich's leben. Hat man zwar immer nur die Fahrradmusik im Kopf, aber das passt. Wir wollten ja nochmal nachschauen. Das hab ich ja ganz vergessen. Ob's nun neue Schutzmöglichkeiten, also zu kaufen gibt. Ich hab ja letzte Folge verkauft, aber gar nicht die kauft. Ne. Nur super, äh, nur Schutz. Dann kaufen wir mal noch vier neue. Damit sollten wir nach... Erzhofen kommen. Und dann kriegen wir auch schon gleich die Arena. Das passt also. Tränke. Ja, dann super Tränke. Wie viel haben wir davon noch? Ach, dann holen wir mal... Zwölf. Pokébälle sind noch zehn. Ja, dann passt das. Der Rest passt. Spare ich mir alles für super Tränke. Äh, super Schutz. So, dann gehen wir mal in den Ewigwald, bevor wir ins Fahrrad... Äh, zum... Den Fahrradweg noch abgehen. Und holen uns dort noch unser Pokémon. Und hier schauen wir mal eben, ob hier noch was ist. Ach, hier ist ja auch Ewigwald. Ist ja interessant. Ja, aber bis... Bis auf den Weg zum Eingang lediglich ist hier nichts mehr, ne? Nope. Ach doch. Hier werden tatsächlich noch Beeren. Ne, noch nichts Pflanzen. So, Mobbeeren. Hm. Ist das eigentlich noch ein kleiner Bereich extra? Ich meine, wenn wir mit der Trainerin schon gekämpft haben, dann nicht. Aber wenn nicht, dann doch. Dann habe ich mich ein bisschen versehen. So. Ach, danke für den Großbaum. Interessant. Hier ist noch ein lehmiger Baum. Ah, jetzt tatsächlich ein bisschen mehr noch. Und hier ist halt der Weg zum Eingang vom Ewigwald, ne? Ja. Lol. Der Baum ist direkt nachgewachsen, nachdem wir das Gebiet schon gewechselt haben. Ist ja interessant. Ich dachte, wir müssen uns wirklich so in Durchgänge gehen. Okay. Dann gehen wir nochmal hier hoch und schauen mal, was hier noch ist. Nebst einem Item. Ein Riesenpilz. Wieder Knete für uns. Ach ja, wir haben auch einen toppe Leber, den wir verkaufen hätten können. Oh, nice. Aber ich glaube, Knacksel kann die nicht lernen, oder? Also an sich ist Finster auch eine echt starke Attacke, aber... Nix durch Knackrack. Oh, schade. Ja, ja. Mit unserem TN-Glück hätten wir echt eine normale Nasselock spielen müssen. Naja. Man weiß ja nie vorher, ne? Man, ich komme nicht in den Takt rein. Das ist auch doof. Gut. Kommen wir zum, äh, zur alten Villa ohne? Ja. Ach, guck mal, wer hier ist. Hallo da. Hast du auch die vielen, äh, Gerüchte gehört und bist deshalb hierher gekommen? Du weißt schon, die Gerüchte über das Geist-Pokémon in der alten Villa. Ich habe auch Gerüchte über unheimliche Schatten gehört. Ich würde ja selbst hineingehen, aber das ist... Äh, weißt du, ich bin nämlich ein Arena-Leiter und immer sehr beschäftigt. Und da ich so beschäftigt bin, schaffe ich es nicht, in die Villa zu gehen. Ich lege aber, äh, das liegt aber nicht daran, dass ich Angst habe oder so. Also viel Erfolg, wenn du die Villa erforscht. Ja, ja, keine Angst haben. Bestimmt. Okay. Dann. Wir werfen mal einen Schutz ein. Und schauen mal, was so in der Villa vor sich geht. Und nach sich geht. Ein super Trank. So. Alte Villa. Was in der alten Villa aber passiert, sehen wir in der nächsten Folge. Unter anderem, ja, erkunden und so weiter. Und dann geht es wahrscheinlich auch noch zum Fahrradweg. Also, würde ich sagen, war es so mit der Folge. Ich habe es euch gefallen. Am nächsten Mal werden wir die alte Villa und den Fahrradweg machen. Also, wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zur nächsten Folge. Euer Bad Jim. Bis dann. Tschüss. .